Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Wolcen Video hier auf diesem Kanal. Heute ist das Update 1.1.5.0 Agus of Storm 4 erschienen. Dieser Patch ist das nächste Content Update für Wolcen und mit satten 15,5 GB Patchgröße ist dies ein wirkliches Schwergewicht. Wir schauen uns die Patch Notes an und wie gewohnt gibt es hier im Video wieder die wichtigsten Änderungen für euch. Mit diesem Content Update kommen die ersten neuen Endgame Aktivitäten ins Spiel, die mit den nächsten Patches dann stetig erweitert werden. Das erste große Feature, welches uns in diesem Update erwartet, ist der sogenannte Kriegstisch. Dieser Kriegstisch bringt dann vier neue Endgame Aktivitäten ins Spiel, zu den schon bisherig im Spiel vorhandenen Expeditionen, Mandaten und Zorn des Sarisee Dungeons. Die vier neuen Aktivitäten sind Fluchbrecher, Ansturm, Sabotage und Kopfgeldjagd. Bei der Kopfgeldjagd muss man beispielsweise gegen mächtige Bosse bestehen. Bei dem Modus Ansturm handelt es sich um einen Arena Modus, wo man immer größer werdende Gegnerwellen überstehen muss, bis keiner mehr übrig ist. Bei der Sabotage nimmt man Feinden einen mächtigen Abwehrstein ab und dieser Stein kann sich beispielsweise nicht nur selbst verteidigen, sondern eben auch mächtige Champions herbeirufen, um euch das Leben schwer zu machen. Der letzte neue Modus ist der Fluchbrecher Modus, wo man Verbündete in ein bestimmtes Gebiet begleiten muss, um dieses Gebiet dann zu verteidigen. Alle Endgame Aktivitäten sind über diesen Kriegstisch erreichbar und das Gute ist, dass man mittlerweile auch schon vor Beginn einer Mission sehen kann, was man am Ende als Loot bekommt. Das bisherige Expeditionssystem wird durch ein neues, sogenanntes Schädelsystem ersetzt, heißt für jede Aktivität bekommt man Schädel und man muss eine bestimmte Anzahl an Schädeln sammeln, um höhere Schwierigkeitsgrade freizuschalten. Bisher war es so, dass man Expeditionen in drei Ebenen ablaufen musste, um eben auf die nächsthöhere Stufe zu kommen und dieses System hat man eben durch dieses neue Schädelsystem ersetzt. Ob das neue System nun besser ist oder nicht, werden wir uns natürlich anschauen. Auch an den Mandaten hat sich etwas geändert. War es vorher so, dass diese bis zu einem bestimmten Level dann gecappt waren, skalieren sie nun über dieses Stufenlimit hinaus weiter mit. Mit diesem Patch gab es natürlich auch ein paar Quality-of-Life-Anpassungen. Zum Beispiel können Verbrauchsgegenstände wie Karten, Weihrauch und so weiter nun am Kriegstisch direkt eingesetzt werden, ohne das Inventar oder die Droh, wo man diese gelagert hat, öffnen zu müssen. Die Erfahrungspunkte, die man als Belohnung für das Abschließen von Aktivitäten erhält, wurden erhöht, damit man schneller auf das maximale Level kommen kann. Eine Änderung, die ich sehr begrüße, denn alle, die schon Wolzen gespielt haben, wissen, wie schwer es ist, das Maximallevel für 90 zu erreichen und wie Hardcore man dafür grinden musste. Wenn man Aktivitäten abgeschlossen hat, erscheint am Ende ein Portal, welches euch nach Stormfall zurückbringen soll. Jedoch müsst ihr dieses Portal oder diese Aktivierung erst bestätigen und diese Änderung hat man eingeführt, damit man nicht aus Versehen durch das Portal geht, wenn man eben zum Beispiel noch Loot aufsammeln wollte. Weiterhin wurden mit diesem Update auch wieder neue Gegnertypen eingeführt. Es gibt ein neues Rüstungsset, was man sich besorgen kann und ein neues sekundäres Gebiet, was man besuchen kann, den Canyon. Manche Skills haben neue Schadenstypen-Varianten spendiert bekommen. Der Klingensturm zum Beispiel kann nun in Schattenschaden umgewandelt werden und Zorn des Biped kann nun mit dem Zerreißungsschaden gespielt werden. Ob es da noch weitere Anpassungen bei anderen Skills gegeben hat, das werden wir uns natürlich ansehen. Auch Bugfixes dürfen nicht fehlen. Allerdings gab es mit diesem Patch nun keine gravierenden Bugfixes, die man hätte erwähnen können. Und das waren auch die wichtigsten Änderungen in diesem Update und ich hoffe, dass euch diese Zusammenfassung wieder gefallen hat. Wenn ja, dann drückt gerne den Daumen nach oben für dieses Video oder lasst einfach gerne mal ein Abo da für meinen Kanal hier und aktiviert auch die Glocke dazu, dann verpasst ihr nämlich keines der kommenden Videos mehr. Und nun sage ich wieder Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.